da sind wir wieder zurück zu super hot super hot die erste folge war ja ein bisschen ich sag mal verwirrend mal gucken wie die jetzige die zweite folge wird wir sind ja immer noch hier auf eine rechnung die haue ich erst wenn sie schnauze und in die schnauze hast du es in die ecke kommen so ab ins klo mit dir so da ist keiner da kommt aber gleich einer da um die ecke habe ich mir gedacht flasche junger mann gut er hat sogar noch schrot dabei na 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 ich noch irgendwo ne ich habe noch eine kugel ab ja ich habe noch einen rein so Du stirbst Oh, oh, oi, oi, oi Oh Gott Ich hab sie kommen sehen Also, ich hau dir noch mal eine rein, weil du scheiße bist So, da kam ja erst mal Kai Doch, der kam Du nicht So Kacken Wurst Da der Und du So Stirb Eine Stunde Schon klar Haben wir hier hinter verstecken bitte Du stirbst Alles gut geht Du stirbst Oh nein Nein Hallo, ich bin's Oh, ich verstehe Du beachtet mich gar nicht Irgendwas Dreimal schlagen reicht doch Das ist, das ist er weg Er hat allerdings keine Gelegenheit Ich gehe mal einen schnitt zurück und dann schieße ich ihn. Oh nein, ich bin so blöd für das Spiel. Kann man nicht zwischendurch speichern, sage mal? Ich bin ein bisschen defensiver, hallo? Hallo? Schuber? Ich nehme die Waffe und du bist tot. Diese lief sehr gut. Der ist auch hinüber. Okay, jetzt. Komm. Danke. Und du stirbst. Und. Lass mich rot finden, die ist auch hinüber. Sehr gut, jetzt mal raus gucken. Hallo. Und tschüss. Super. Super. Hot. Jetzt im Nachhinein war das einfach. einbruch der schießt schon auf mich obwohl ich noch gar nichts gemacht habe zeugt er von kompetenz spaß jetzt geht es aber los hier ich würde sagen du kriegst jetzt mal ein baseball ankommen dann nehme ich mir deine waffe als nächstes so du bist schon am schießen du kommst du hast aber keine waffe also kriegst du jetzt erst mal eine reingedrückt und zwar genau die fliegt aber und du bist tot zeitverlust aha und ich habe wahrscheinlich ohja ja genau du bist aber der einzige da ist noch einer der schießt gerade keine munition mehr ich bin begeistert dann frisst den hier okay du lässt gerade deine schrift dritte fallen ich komme aber leider doch uhr hat einen katana ich bin ein bisschen schockiert ach ich wusste es ach shit also nochmal du kriegst eine rein ich nehme deine knarre dann erschieße ich dich dann erschieße ich dich weil du nämlich da hinkommst so dann kriegst du eine rein was du bist nicht gestorben zeitverlust so als nächstes kommt da einer direkt eine dame und direkt eine dame und kriegt da eine waffe und er schießt sich so dann der hier schießt dich hat schon mal nicht so gut geklappt ist aber kein problem für mich dich kriege ich aber so da kommt noch einer raus das ist jetzt uncool wie mache ich das jetzt am besten aber dieses druckgefühl dass sie sich immer noch so minimiert bewegen ich brauche glaube ich das katana aber wie das katana kriegen ich schieße dich mal da hin das war vielleicht keine gute idee hallo keine munition mehr ich bin begeistert und das war mein tot Mist nochmal so du ins gesicht deine knarre du tot du also hier 3 schonmal also jetzt oh das hat jetzt aber schnell sich mal terribleisiert ich hätte gerne deine schrottflinte ich hätte gerne eine schrottflinte sage ich weg mit dir da kommt gerade keiner da sind zwei jetzt ist dort einer okay ich habe ein bisschen der schießt sie schießen mal da da und da da ausgewichen du bist nicht tot das hat super funktioniert dann friss mal den hier der hat eine katana das ist total uncool der daneben da niemand erschießt mich sehr sehr gut super haut super haut super haut super haut super haut Wie heißt das? Okay, kommt der Bus auf uns zu? Oh oh, der Bus kommt wirklich auf uns zu. Wartet mal, was ich jetzt tun werde. Nichts mehr! Okay, damit also in die falsche Richtung. Huh, das war bestimmt ganz schön knapp. Lebst du noch? Nein, der lebt nicht mehr. Flasche! Hä? Gib mir deine Waffe. Ich hoffe einfach mal hinter mir ist keiner. Super, TJ. дуже해 Super! Super! Have fun! Wenn man begeistert. So, wir sind aber... Es geht aber direkt weiter. Hallo? Oh, ne. Vorbei. Unberechtigter Zugriff. Es war schon mal Level 2 geschafft. Jetzt schiebt sich alles wieder zusammen. Na ja, alles ist komisch. Was sagt ihr, die Zeit? Die Zeit sagt 12 Minuten. Nachricht empfangen. Lass sie an. Wer wieder da ist. Ich versuche seit Stunden dich zu erreichen. Hast du die ganze Zeit gespielt? Ah, sicher. Hab total die Zeit vergessen. Kenne ich. Ging mir erst auch so. Ich konnte nicht aufhören. Irgendwie total schräg. Keine Geschichte, kein Hintergrund. Einfach nur rote Typen abschlachten. Ah, ja. Das wirkt am Anfang so. Aber irgendwann passiert was. Ich will nicht spoilern. Aber mach jetzt wohl auch keinen Unterschied. Sie haben Level hinzugefügt. Aber die sind passwortgeschützt. Echt? Das ist ja scheiße. Total. Ich schick's dir trotzdem. Wenn du das Passwort rauskriegst. Sag Bescheid. Chat. Chat Bandit. Herunterladen. Passwortgeschützt. Stimmt da nicht passwortgeschützt? Ah, ich verstehe. Zuge verweigert. Passwort eingeben. Zuge verteilt. Was? Gut. Okay. Machen wir so. Schön hier. Hallo. Hallo. Ich bin der Neue. Ich bin immer noch der Neue. Sie haben unser System geknackt. Hallo? Oh oh. Hallo. Ich hab nix zum. Schieß mal. Komm. Komm. Schieß. Komm. Ach du Scheiße. Sie sind ja fix die Kugeln. Hallo? Der kommt von da. Der kommt von da. Gibt mir die Knarre, Mann. Okay. Du die. Oh Gott. Die andere fliegt so weit weg. Oh Gott. Wo kommst du denn her? Okay. Frisch den. Frisch den. Ich bin tot. Der hatte noch mal Schmerzen. Maschinengewehr. Na gut. Okay. Nochmal von vorne. So. Vielleicht muss ich auch einfach hinrennen. Hallo? Oh shit. Das war nicht die beste Idee. Nochmal von vorne. Perfekt. Oh nein. Ich habe nichts zu werfen hier. Nichts. Gar nichts. Jetzt wenn ich da ganz nach hinten laufe. Das geht auch nicht. Oder vielleicht doch. Das verstehe ich auch nicht ganz, warum hier halb Sisse in der Dings sind. Kann ich hier drauf springen? Ich kann theoretisch drauf springen und was sie warten. Das probiere ich mal. Hey. Spassi. Es kommt her. Es kommt her. Da kommt der Erste. Die kommen ja parallel zueinander. Schießt du? Du schießt nicht. Du schießt auch nicht. Und nein. Der kommt nicht so wie ich es mir gehofft hatte. Okay. Ich könnte versuchen. Spätestens im Moment zu springen. Okay. Jetzt springe ich. Gib mir die Knarre. Okay. Ach. Mano. Hier kommen alle auf mich zu. Einer auf einen. Oh. Ist das Spiel abgestützt? Das Spiel ist abgestützt. Raumschließung. Das war's.